Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder Antje aus dem Lifeline für euch zu Hause. Ja, heute machen wir mal ein Warm-up zusammen, weil das ist ganz wichtig, dass wir vor alle anderen Übungen, egal ob ihr mit dem Harlet den Song-Workout macht oder die Guten-Morgen-Gymnastik mit der Svetlana, man sollte vorher immer so ein bisschen Work-out-Vorpower machen, das heißt ein richtig schönes Warm-up für die etwas härteren. Machen wir heute mal ein tolles Warm-up hier zu Hause. Wir starten in 4, 3, 2, 1 Sekunde mit dem rechten Bein. Wir marschieren auf der Stelle, schön Körperspannung aufbauen. Wichtig, die Arme schwungvoll mitnehmen, ganz wichtig. Körperspannung halten. Achtung, Step-Touch, hopp, schön zur Seite. Weite, große Schritte, roll über die Ferse ab. Schwung, schwung. Lass deinen Atem fließen. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Bleib bei mir hier. Schön in einem Step-Touch. Noch 4, 3, 2, Lake-Col. Deine Ferse schlägt zum Po von rechts nach links. Wieder Körperspannung halten. Nimm die Arme mit. Schön Spannung aufbauen. sehr gut das ist gut für die Gelenkschmüre bleib hier wir gehen jetzt in eine Nile die Hände schlagen richtig fest Knie hoch Oberkörper gerade das muss man mal ausnutzen wenn die Musik ein bisschen leiser ist bleib hier für vier drei zwei und wir marschieren ganz normal Körperspannung aufbauen in einem breiten March komm ein bisschen tiefer hopp hopp bleib bei mir hopp, 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 hopp hopp, 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 hopp hopp, hopp, hopp sehr gut bleib noch ein bisschen hier hopp, 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 hopp hopp, hopp, hopp wir ändern das wir machen mal einen Bicep Curl hopp, 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 hopp dreh dich mit dem Oberkörper so ein bisschen zur Seite hopp, hopp die Arme gehen nach hinten hopp, weite Bögen hopp, 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 hopp sehr gut schön für die Gelenke große Bewegungen und vier noch drei zwei wir marschieren wieder auf der Stelle Die Arme sind in der U-Halte. Öffne und schließe. Sehr gut. Vier. Drei. Von oben. Und bleib hier bei mir. Jetzt bist du gut aufgewärmt. Viel Spaß beim Workout.